Guten Abend, wir starten in die neue Woche und natürlich begleiten uns auch die Meldungen aus der Ukraine. Die Vereinten Nationen sprechen von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg. Anderthalb Millionen Ukrainer sind bereits geflüchtet und wer jetzt noch kann, macht sich auf den Weg. Das bewegt natürlich auch viele Menschen hier im Land. In Dithmarschen sammeln sie im großen Stil für die, die alles zurücklassen mussten. Das Interview haben wir vorab aufgezeichnet. In Schleswig-Holstein haben sich nach Angaben des Innenministeriums bislang 355 Geflüchtete aus der Ukraine in den Landesunterkünften angemeldet. Sie sollen so schnell wie möglich auf die Kommunen verteilt werden. Das Land stellt sich aber wie ganz Deutschland darauf ein, dass die Zahl noch deutlich steigen wird. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waag bittet auch darum, dass sich nicht jeder mit Spenden selbst auf den Weg an die Grenzen macht. Es sei besser, sich koordinierten Hilfsprojekten anzuschließen. Und wie Sie sinnvoll helfen können, das sehen Sie online bei uns auf ndr.de-sh oder natürlich in der Schleswig-Holstein-App. Da haben wir nämlich aufgelistet, wo Sie passende Hilfsangebote aus dem ganzen Land finden. Die einen wollen die A20 als schnellste Ost-West-Verbindung in Norddeutschland und die anderen wollen sie verhindern, um nämlich Klima und Natur zu schützen. Seit 13 Jahren wird der Abschnitt durch Schleswig-Holstein nicht fertig, vor allem nämlich, weil sich Natur und Planung immer wieder in die Quere kommen. Bei Bad Segeberg muss neu geplant werden, um ein Biotop zu erhalten. 70 Kilometer westlich in Südaau bei Itzehoe macht es der Boden den Arbeitern nicht leicht. In Schleswig-Holstein bekommen Frauen nach wie vor kleinere Gehälter als Männer. Insgesamt verdienen sie brutto 21 Prozent weniger. Das hat das Statistikamt Nord heute zum Equal Pay Day veröffentlicht. Deutschlandweit lag die Gender Pay Gap, die sogenannte im Jahr 2021, bei durchschnittlich nur 18. Was heißt nur? 18 Prozent. Was dagegen hilft, sind laut Sozialverband unter anderem eine ganztägige und verlässliche Kinderbetreuung und Entlastung bei der Pflege von Angehörigen. Und in diesen Zeiten kann ja ein fröhlicher, wärmender Lichtblick nur guttun. Und unsere Zuschauerin Nicola Fink aus Bad Bramstedt hat ihn dort im Stadtpark gefunden, auf dem Weg zur Arbeit morgens. Vielen lieben Dank dafür und fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.